Lieber Bastard-Benutzer, es kann sein, dass sich ein Stück von Ihrem Bastard gelöst hat. Dies kann auf verschiedene Weise geschehen. Das ist natürlich sehr ärgerlich, weil man einfach einen ansehnlichen Bastard im Garten haben möchte. Technisch gesehen schadet das Ihrem Kamado nicht und diese Absplitterungen können mit Lack- oder Kaltemalje überdeckt werden. Wir sehen oft, dass dies so unsichtbar behoben werden kann. Seit 2021 ist standardmäßig eine solche Dose, die aussieht wie Nagellack, im Lieferumfang enthalten. Wenn Sie einen Schaden und keine Lackdose haben, melden Sie ihn bitte über unsere Webseite. Dann sorgen wir dafür, dass Sie entsprechenden Lack erhalten. In diesem Video zeigen wir bewusst eine Kuppel mit zwei verschiedenen Schadstellen. Die Stelle mit einem abgestrichenen Pinsel ausbessern. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis die Stelle vollständig bedeckt ist. Zwischenzeitlich trocknen lassen. Jetzt haben Sie wieder einen einwandfreien Bastard. Und Sie können weiter grillen.